Bayer's Messer Splitter Gallerbau 2022. Ich stelle euch den Trian vor und was seine Bedeutung hier ist an diesem Stand, erklärt er kurz jetzt. Danke sehr. Schönen guten Tag. Und zwar, wir beschäftigen uns damit, Liquidität für ein Unternehmen zu erbringen mit der Deutschen Verrechnungsstelle. Abrechnung, Factoring und Finanzierung. Das sind unsere Schwerpunkte und ja, das ist unsere Aufgabe hier. Liebe Freunde des Gartenlandschaftsbaus, vielen Dank, dass wir auf der Messe präsent sein durften mit der Deutschen Verrechnungsstelle. Und wir wünschen uns und hoffen, dass ihr immer weiterhin viel Erfolg habt und freuen uns, euch auch mal persönlich kennenlernen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute.